Am 17.12.2023 um 19.58 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bonn zum Home & Co. Bonn Students alarmiert, da ein Student auf ca. 8 Meter Höhe auf ein Flachdorf gestürzte. Er wurde mit technischen Mitteln gerettet und in ein Keimkontext transportiert. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Blechernheit 1, der Rüstwagen, das Notarzt-Einsatzfahrzeug 1, der Rettungswagen 1-3 und zwei Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.